Warum klingt eine Geige so schön? Und das erklärt Professor Peil. Und den mit einem ganz, ganz kräftigen, ja, oh, dann kommt er bestimmt auch rein. Wenn er das ganz, ganz kräftig macht, lässt er sich reinlocken. Na, versucht es noch einmal kräftig, dann habt ihr ihn auf der Bühne. Guten Morgen, liebe Jungforscherinnen und Jungforscher. Ich bin leider etwas zu spät gekommen, weil ich bei euren Eltern unten war, um zu gucken, wie die Luft da ist. Und ihr habt es gut und es ist richtig schlechte Luft, würde ich sagen. Der Raum ist nicht gut gelüftet, aber darüber wollen wir uns jetzt nicht länger unterhalten, sondern wir reden ja heute über das Thema, warum klingt die Geige so schön. Und zu dem Zwecke haben wir eine ganze Geigengruppe stehen, die jetzt erstmal spielen wird, aus der städtischen Musikschule unter der Leitung von Charlotte von Garsten, die ist dort Geigenlehrerin. Und da geht es, ob wir uns jetzt durchgehebt's können. Zusammen mit dem Robert Greifliner stehen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja, vielen Dank. Das war ganz toll. Erstaunlich, dass man aus so einem kleinen Holzkist hier mit ein paar Seiten dran so schöne Töne rausholen kann. Und warum das so ist, darum wollen wir uns heute mal ein bisschen kümmern. Jetzt brauche ich meine Maus, damit es weitergeht. Braucht einen Moment, bis er erkannt wird. So, jetzt ist sie da. Ja, warum klingt die Geige so schön? Warum habt ihr überhaupt was gehört? Das Ganze wird ja übertragen durch die Luft. Und das machen die Schallwellen. Das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und aus dem Hohlraum. Da kommen wir dann noch drauf. Also zunächst überlegen wir uns mal, wie kommt das, was sind eigentlich Wellen? Und Wellen kennt ihr. Hier zum Beispiel von den Dominosteinen. Ups, so. Ja, Wellen, das wollte ich ja noch gar nicht. Zurück. Bei einer solchen Welle, genau wie bei dieser Laola-Welle, die kennt ihr ja vielleicht, ist ja eins typisch, dass die, wie bei den Dominosteinen, die Steine eigentlich da bleiben, wo sie sind. Die wandern ja nicht mit und laufen nicht mit, wenn die Welle fortläuft. Genauso wenig wie die Leute hier domlaufen. Die bleiben alle stehen und bewegen sich nur am Ort. Und das ist typisch für eine solche Welle, dass sich nur die Teilchen, hier die Menschen, die Dominosteinchen oder auch Luftteilchen, nur örtlich bewegen und immer so eine Störung wie hier weitergeben. Und das werden wir jetzt mal im Hörsaal probieren. Wir machen jetzt auch mal eine solche Laola-Welle. Genau, Licht an. Wir fangen da hinten an. Ihr steht einfach auf und sagt, und setzt euch wieder hin. Und wenn der Nachbar aufsteht, dann steht ihr auch auf. Das geht dann so ganz langsam. Aber nicht zu früh aufstehen, wenn die hinten schon aufstehen gleich, sondern erst wenn der Nachbar aufgestanden ist, dann steht ihr auch auf und macht so und setzt euch wieder langsam hin. Okay? Wir fangen da außen an. Drei, zwei, eins. Auf geht's. Aufstehen. Nein, Nein, das funktioniert. Das müssen wir mal üben. Ihr müsst alle aufstehen außen. Ihr seid wohl gerade erst aus dem Bett gekommen. Das machen wir noch mal. Die äußere Reihe. Hebt mal die Finger bitte hinten außen hoch. Ist jedem klar, wer die äußere Reihe ist? Genau. Und ihr steht jetzt alle auf und sagt, oh, und dann setzt ihr euch wieder langsam hin. Okay? Aufstehen und hinsetzen. Und wir fangen auf. Achtung und hoch. Hoch. Und weiter durch. Und der Nachbar. Genau. Und hier durch. Ja, jetzt wird's. Genau. Ja, super. Und wieder hinsetzen. Ja, wunderbar. Klasse. Jetzt haben wir es geübt. Das ist wie mit dem Geigespielen. Das muss man auch üben. Das machen wir noch mal. Und jetzt müsst ihr noch was sagen. Ihr müsst ein Geräusch machen. Oh, damit man das auch hört, wo die Welle ist. Ja, ihr nicht. Ihr nicht. Da geht's los. So. Nochmal. Äußere Reihe fängt an. Und hoch. Ja. Ich höre nichts. Ja. Wow. Perfekt. Wunderbar. Gut. Was haben wir gerade erlebt? Wir haben eine Welle erlebt. Ihr seid alle nicht mitgelaufen. Ihr seid ja alle noch an eurem Platz, wo ihr eben vorher gesessen habt. Die Materie hat sich bewegt. Diese Störung hat sich bewegt. Die Welle ist durchgelaufen. Und nichts ist passiert. Genau das ist typisch für eine Welle. Wie wir es hier bei der Ola-Welle sehen, das kennt ihr natürlich auch von anderen Wellen. Zum Beispiel von der Wasserwelle. Wenn irgendwo der Wind ist, wir haben eine Wasserwelle, dann ist euch bestimmt schon mal aufgefallen, wenn dort ein Hölzchen, Stock oder irgendein Stück Papier auf dem Wasser liegt. Das Stück Papier läuft nicht mit der Welle mit, sondern das dümpelt so auf der Welle rauf und runter. Wenn ihr mal hier auf den roten Punkt schaut, den ihr dort seht, dann seht ihr, dass der sich auch nur so örtlich wie ihr euch örtlich bewegt hat, aber er läuft nicht mit der Welle durch. Das sieht man an jedem Stück Holz auf dem Wasser. Spiralfeder. Dazu machen wir noch mal ein kleines... Ja, es gibt noch eine andere Welle. Die wollte ich jetzt nicht machen. Das wäre mir viel zu gefährlich mit euch. Ihr schubst ihr euch noch um, wenn wir das machen. Aber das ist genau das Gleiche wie mit der Laola-Welle, die wir eben gemacht haben. Und jetzt kommen noch mal kurz Lukas und Annette und zeigen uns eine solche Längswelle, wie wir sie hier gerade gesehen haben, mit dieser kleinen Spiralfeder. Du schubst und Annette hält ihn fest. Okay? Schön stramm ziehen. Noch ein bisschen strammer, noch ein bisschen strammer. So, ist wunderbar. Und jetzt einmal ganz kurz. Genau. Und man sieht deutlich, wie so eine... Könnt ihr es hinten sehen? Vielleicht tretet ihr mal weiter vor die weiße Wand. Das ist noch besser. So. Könnt ihr es alle sehen? Wunderbar. Man sieht deutlich, wie so eine Welle dort hin und her läuft. Genau das, was wir auch gerade mit der Laola-Welle gesehen haben. Das ist eine Längswelle. Die Welle läuft ja längs durch dieses Teil durch. Und genau so funktionieren auch die Schallwellen. Und bei den Schallwellen, jetzt müssen wir wieder rumschalten, bei den Schallwellen sind es die Luftteilchen. Die Luftteilchen, die angestoßen werden, jeweils von den Benachbarten und die den Schall, den Ton, das Geräusch, von dem, der da links irgendwie spricht, bis zu dem Ohr des Zuhörers transportieren. Das funktioniert ganz genauso, wie wir das gerade hier mit der Spiralfeder gesehen haben. Ja, die Frage ist jetzt, wie werden aber dann die Töne überhaupt erzeugt, die dann durch die Luft bis zu eurem Ohr transportiert werden? Durch die Schwingung. Sehr gut. Durch die Schwingung, denn, hier sehen wir das mal bei der Geige. Da seht ihr eine Seite. Ihr seht, wie groß und wie weit diese Seite dort schwingt. Man sieht, dass hier die äußere rechte Seite schwingt ganz stark. Und du hast das gerade wunderbar gesagt, ein Ton entsteht immer dann, wenn etwas schwingt. Es muss etwas schwingen oder etwas vibrieren. Das muss nun keine Geigenseite sein. Das kann auch etwas ganz anderes sein. Zum Beispiel so ein schlichtes Holzlineal hier, was ich hier habe. Wenn ich nämlich dieses Holzlineal hier auf die Kante lege, dann wird damit auch ein... Seid mal leise, damit ihr es hört. Ist nämlich nicht sehr laut. Könnt ihr es hören? Ja, hier vorne auf jeden Fall. Was? Ehrlich? Ja, ist schon fast davor. Wird immer höher, je kürzer es ist. Damit haben wir früher immer den Lehrer in der Schule geärgert, den wir das immer unter der Bank gemacht haben. Der guckt immer, wo kommt denn das her. Aber das erzählt bitte nicht weiter. So, das schwingt und erzeugt einen Ton. Und es gibt... Donnerwetter. Jetzt suche ich verzweifelt etwas anderes. Wo habe ich es denn? Ach, nee. Liegt sie hier irgendwo? Nein. Meine Mundharmoniker, auf der ich jetzt was vorspielen wollte. Finde sie nicht. Wo? Nee, da. Da ist eine andere. Na, ist egal. Wo? Diese kleine, ganz kleine? Diese hier? Die da? Das hier, ja, ja. Hä? Neben dem blauen? Dies hier, das meint das, die Maus. Das ist keine Mundharmoniker. Tja, wo ist die denn abgeblieben? Merkwürdig. Okay, egal. Aber eine Mundharmoniker kennt ihr alle. Und die, wie sieht sie aus? Da ist so eine klassische Mundharmoniker. Und wenn ich auf der Mundharmoniker spiele, dann schwingt da auch etwas. Sie haben ja gesagt, es muss immer schwingen, damit ein Ton entsteht. Und was schwingt bei der Mundharmoniker? Das sind diese kleinen Zungen, die dort sind. Jetzt habe ich zwar die Maus ganz mal Escape drücken. Wo sind sie? Nicht so einfach hiermit. Hier sehen wir lange, ich muss vielleicht doch hier probieren. Ah, ist das schwierig. Nur damit die Eltern unten auch was sehen. Sonst würde ich es mit einem Pointer machen. Hier sind lange Zungen. Die langen Zungen machen tiefe Töne. Und hier sind die kurzen Zungen. Die machen die hohen Töne. Und diese Zungen schwingen genauso wie diese ganz große Zunge, die ich hier mal mitgebracht habe. Ihr seht, die schwingt hin und her. Und genauso machen das auch die kleinen Zungen nur viel schneller. Denn bei dieser Geschwindigkeit, mit der hier dieser kleine Schwinger hier schwingt, können wir keine Töne hören. Wir brauchen dazu, müssen wir wieder umschalten. Drücken Sie nochmal Escape, das wird wahrscheinlich häufiger passieren. Genau. Wir haben gerade festgestellt, je schneller die Schwingung ist, das habt ihr hinten natürlich nicht gemerkt, das sage ich euch jetzt. Je schneller die Schwingung ist, desto höher ist sie. Und je tiefer die Schwingung ist, desto tiefer. Je langsamer die Schwingung ist, desto tiefer ist. Das probieren wir mal aus. Legt mal alle eure Hände so auf die Wange und mit dem Zeigefinger haltet euch die Ohren zu. Ja? Jetzt müsst ihr mal kurz die Hände wieder wegnehmen, sonst hört ihr ja nicht mehr, was ich sage. Genau. Und jetzt summt ihr alle einen Ton. Und zwar den tiefsten Ton, den ihr summen könnt. Genau. Und da merkt ihr, wie der Kopf schwingt. Hört nochmal kurz zu. Hallo, hallo. Hört nochmal kurz zu. Zunächst singt ihr den tiefsten Ton, den ihr singt und dann spürt ihr, wie der Kopf schwingt. Und dann macht ihr mir. Und dann spürt ihr, wie das immer schneller schwingt im Kopf. Fantastisch. Okay. Da könnt ihr ja gleich bei Thomas Gottschalk mit auftreten. Danke. Jetzt alle ganz, ganz, ganz leise. Sch, ganz leise. Das war toll. Könnten wir das nächste Mal bei Wetten, dass mit auftreten. Wetten, dass wir tausend Kinder zum Juchzen bringen oder irgend sowas. Ja. Also, ihr habt hoffentlich gemerkt, dass bei den tiefen Tönen die Vibrationen im Kopf relativ langsam waren. Und je höher man sang, desto schneller war das. Also, langsame Vibrationen machen tiefe Töne und schnelle Vibrationen machen hohe Töne. Und das nutzen wir jetzt aus, um eine Tonhöhe überhaupt bestimmen zu können. Denn wenn ich jetzt singe, boah, oder boah, 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 irgend so etwas. Ja, ihr nicht. Ich. Ich singe. Dann ist die Frage, wie hoch ist der Ton gewesen? Und das machen wir ganz einfach. Wir messen nämlich einfach, wir haben festgestellt, ein hoher Ton schwingt schnell, ein tiefer Ton schwingt langsam. Wir messen einfach die Schwingung. Das machen wir jetzt hier mal gemeinsam, indem wir einfach zählen. Ich gucke auf die Uhr, wie lange das dauert. Und wir zählen die Schwingungen, die in einer Sekunde, das schaffe ich nicht, in einer Sekunde zu zählen. Aber ich zähle mal über 10 Sekunden. Und ich lasse los und wir zählen. Wenn der wieder hier ist, dann sagen wir 1, weil er dann eine Schwingung hinter sich hat. Nein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Okay, wunderbar. Ich habe auf die Uhr geguckt. Es waren genau 10 Sekunden. Und wenn ich 10 Schwingungen in 10 Sekunden habe, dann habe ich genau in jeder Sekunde wie viel? Eine Schwingung. Wunderbar, ihr seid ja tolle Kopfrechler. Ja, also, dann haben wir eine Schwingung pro Sekunde. Nun ist es natürlich ziemlich mühselig, immer zu sagen, ich habe eine Schwingung pro Sekunde oder die Geige stimmen wir mal auf 440 Schwingungen pro Sekunde. Das dauert so lange. Das dauert so lange. Also kürzt man das ab und sagt, eine Schwingung pro Sekunde oder Schwingung zähle ich in Herz. Ich sage, 10 Schwingungen pro Sekunde sind 10 Hertz. Übrigens ein Herz mit einem T geschrieben, nach einem berühmten Physiker namens Herz, nicht nach dem, was hier bei euch am rechten Flecke schlägt. Das ist eine, genauso wie wir, das kennt ihr alle, wie wir Entfernungen auch hier vorne auf der Bühne von der Wand zu der Wand nicht messen, indem wir sagen, da passt 10 Mal ein solcher Zollstock rein, sondern wir sagen, das ist 10 Meter zum Beispiel. Das ist also einfach eine Einheit. 10 Hertz heißt 10 Schwingungen pro Sekunde, 1000 Hertz heißt 1000 Mal pro Sekunde, unheimlich schnell. Und das hören wir dann. Und das wollen wir uns jetzt mal anhören. Ein Hörbeispiel in dem Hörbereich von 20 Hertz bis 16.000. Das ist so etwa da, wo wir aufhören zu hören. Und jeder, der nichts mehr hört in der Höhe, der nimmt den Arm hoch. Nee, der nimmt ihn runter. Wir heben alle mal den Arm hoch. Und wenn wir nichts mehr hören, dann nehmen wir den Arm runter. Mal sehen, wer am meisten hört. Und es geht los. Dazu muss ich einmal klicken. Das ist 20. Hören. Hören. Okay. Also, ihr habt gemerkt, ihr seid gut. Ihr habt eins gemerkt, ich habe viel früher, ich habe viel früher als ihr die Hand runtergenommen. Das ist typisch, wenn man älter wird, dann hört man in der Höhe nicht mehr so gut. Ihr habt ja alle fast bis 16.000 Hertz gehört. Das ist schon ganz schön hoch. Ja, wunderbar. Das ist so, wie bitte? 20.000 Hertz habe ich hier nicht drauf. Ja, andere Töne kennt ihr, die Wechselstrom machen. Da geht man in so einem Transformatorenhäuschen vorbei, da brummt es. Müssen wir wieder etwas ruhiger werden. Ist ja schön, wenn ihr alle mitmacht, aber ihr müsst auch wieder zwischendurch mal so ein bisschen zuhören. Da brummt so ein Transformator. Toll, das übe ich jetzt auch mal gleich. Das brummt mit 50 Hertz, heißt, wie oft in der Sekunde? 50 Hertz. 50 Mal in der Sekunde. Wunderbar. So, jetzt machen wir nochmal die Geige. Ich habe vorhin immer erzählt, wenn die Instrumente stimmen, dann müssen sie ja immer den gleichen Ton haben, damit der eine nicht da und der andere da spielt. Da gibt es einen Kammerton A, 440 Hertz. Den spielt Charlotte jetzt mal vor. Der schwingt 440 Mal, schwingt die Seite in der Sekunde hin und her. Und jetzt spielen wir den tiefsten Ton, den die Geige produziert. Das ist das tiefste G. Und jetzt den höchsten, den du noch so einigermaßen hinkriegst. Der noch so ein bisschen klingt. Wunderbar, ne? Vielen Dank. Aber, okay, das war, den haben wir alle noch prima gehört, den Ton. Das waren vielleicht, weiß nicht, 6.000 Hertz, 7.000 Hertz, 7.000 Mal in der Sekunde ist da die Geige hin und her geschwungen, ist da die Seite hin und her geschwungen. Also ganz schön schnell. Ja, die Frage ist, wie schwingt denn nun eigentlich die Geigenseite? Und ich glaube, jetzt wollte Lukas hier nochmal helfen. Wie sieht eigentlich so eine Schwingung aus? Wir haben das ja vorhin in dem kleinen Film gesehen. Man konnte das gar nicht mehr mit dem Auge auflösen. Das machen wir euch mal vor. Ups. Wir gehen mal hier vor die Wand, Lukas, damit man das gut sieht. Das machen wir euch mal vor, das ist eine Geigenseite, die aber viel langsamer schwingt als die richtige. Aber sie macht genau das Gleiche, nur langsamer, so dass man sehen kann, was passiert. Und ihr seht, wenn ich jetzt irgendwie schwinge, dann wackelt die, also irgendwie hin und her. Und wenn ich aber so ganz langsam die Schwingung vergrößere, dann sieht man, dass jetzt eine so ganz regelmäßige Schwingung in der Geigenseite entsteht. Und wenn ich jetzt schneller mache, immer schneller, 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 schneller. Sie seht, dann ändert sich das. Jetzt haben wir also eine Schwingung, die hat zwei Bäuche. Könnt ihr das erkennen? Und jetzt mache ich noch schneller, noch schneller, noch schneller, drei. Und jetzt mache ich noch schneller, hoffentlich kriege ich es hin. Da haben wir jetzt vier Bäuche. Das geht, die Schwingungen finden immer statt. Vielen Dank. Rollen wir nicht so eng zusammen. Brauchst du nicht so eng, danke. Die Schwingungen, das sind die Schwingungen einer Geigenseite, in der eine Geigenseite schwingt. Und ihr seht, das sieht so ganz regelmäßig aus, wie ich das hier auf dem Bild gemalt habe. Die ersten vier habe ich geschafft. Dann gibt es auch noch fünf und sechs und sieben bis hin zu 20, 30, 40 und so weiter. Nur dann müsste ich so schnell zittern, das schaffe ich einfach nicht. Bei den sehr langsamen Schwingungen, das haben wir vorhin schon gelernt, entstehen die tiefen Töne. Und bei den, wo ich das sehr schnell gemacht habe, schnelle Schwingungen, haben wir ja festgestellt, gibt hohe Töne. Das sind, man nennt diese Töne, das sind, weil sie ganz natürlich entstehen, wenn ich immer schneller hinten diese Seite bewege, man nennt diese Töne, die eine solche Seite produziert, oder auch diese Formen, die wir dort sehen, nennen wir Naturtöne. Das sind die Naturtöne, weil die ganz natürlich so entstehen. Das sind Naturtöne. Und es gibt dann unten, ja, und diese Naturtöne schwingen nun nicht alleine, sondern sie schwingen meistens gleichzeitig. Es schwingt also nicht nur eine, es schwingt also nicht nur die Grundschwingung, ich mache das mal wieder an diesem Schwinger klar, das ist ja auch ein Schwinger, genau wie die Seite, der nur so ein bisschen, der etwas anders schwingt, aber macht ansonsten das Gleiche. Der hat ja auch eine Grundschwingung, das entspricht beim Seil dieser mit einem Bauch. Das ist die Grundschwingung, der hat auch eine Oberschwingung, das entspricht beim Seil der mit den zwei Bäuchen. Ich die hier mal so antippe, seht ihr, die ist viel schneller, ja, das ist die Oberschwingung. Natürlich, es können jetzt auch beide zusammenschwingen, nämlich die Grundschwingung und die Oberschwingung. Dazu muss ich das nur so anschauen. Ihr seht, er wackelt hin und her und man erkennt, es ist einmal diese Grundschwingung ist drin, der Grundton und auch gleichzeitig die Obertöne. Die schwingen also meistens gleichzeitig und die schwingen meistens gleichzeitig. Das Problem ist, dass wir, das waren ja sehr langsame Schwingungen, wenn die Schwingungen sehr schnell sind, dann können wir sie hören, dann entspricht auch dieser sehr schnellen Schwingung ein weiterer Ton. Unser Gehirn ist so angelegt, dass wir diese verschiedenen Töne gar nicht mehr einzeln hören können, sondern wir mischen das sozusagen im Kopf zusammen und hören einen Klang, der sich ändert. Das kann man sich schwer vorstellen und aus dem Grunde will ich euch das jetzt mal mit einem Synthesizer entsprechend vorführen. Wie sowas geht. Wie man Klänge, verschiedene Obertöne zusammenmischen kann. Das war noch der falsche. Da ist er. So, hier haben wir so einen Synthesizer und wir machen zunächst mal wirklich nur die Grundschwingung der Seite, das war also diese Schwingung, die ganz langsam war, die wir zuerst gesehen haben, die mit einem Bauch. Die klingt, wenn sie 220 Mal in der Sekunde schwingt. So. Müsste ein bisschen lauter sein. Geht es? Also nicht ihr, sondern die Lautsprecher. Noch ein bisschen vielleicht? Okay. So, jetzt nehme ich mal einen Oberton dazu. Das heißt, die zweite, die auch mitklingt, das war ja die mit den Zweibäuchen. die wir gesehen haben. Die mische ich auch mal mit dazu. Die klingen jetzt gleichzeitig und ihr stellt fest, das klingt plötzlich anders. Hört mal genau hin. Klingt ein bisschen anders, noch nicht so sehr. Ich mache das mal ein bisschen stärker. Pst, müsst ihr genau horchen. Jetzt nehme ich die dritte mit dazu. Das ist die mit den drei Bäuchen. Klingt ein bisschen heller. Ich nehme die vierte mit dazu. Achtung. Immer genau horchen. Klingt noch heller. Nehmen wir mal diese hier. Ein bisschen mehr vielleicht. Achtung. Und die sechste, das ist die mit sechs Bäuchen. Klingt immer heller. Je mehr Obertöne ich dazu nehme, desto heller klingt es. Jetzt machen wir die mal ganz stark. Ihr merkt. Alle ganz stark. Na gut. Ihr wollt alle ganz stark. Das machen wir natürlich auch. Achtung. Ruhe. Pst. Meck. Klingt so ein bisschen quäkig. Ja. Wo war ich? Wo bin ich? Nein. Huch. Ich glaube, der da vorne ist. Nee. Mach ich nochmal hier. Ja, da bin ich wieder. Okay. Ja. Das war ein Synthesizer. Und ihr habt das vielleicht schon mal gehört. So Synthesizer werden ja heute eingesetzt, um damit richtig Musik zu machen. Pst. Weil man damit, habt ihr gerade gemerkt, ganz beliebige, da kann ich eine Orgel nachmachen, ich kann eine Flöte nachmachen, und ich kann eine Geige nachmachen. Eigentlich klingt es immer so ein bisschen anders als eine richtige Geige. So ganz genau schafft man es nicht. Aber ihr kennt ja ein Keyboard zum Beispiel, nicht? Ein Keyboard funktioniert ganz genau so, wie wir das hier gemacht haben. Da gibt es ja so einen Klavierklang, der wird so synthetisch, künstlich erzeugt, wie wir das hier gerade gesehen haben. Ja. Das war der Synthesizer. Das waren jetzt so einige Grundlagen. Und jetzt wollen wir mal zur Geigenfamilie kommen. Wie sieht eine Geigenfamilie? Es gibt nicht nur eine Geige, es gibt eine ganze Menge von Instrumenten. Nämlich einmal die Geige, und jetzt halten wir die mal bitte, hältst du mal deine Geige richtig hoch, damit ihr alle seht, oder steh mal auf am besten. Halt die mal hoch, dass man die sieht. Jetzt du auch, das ist noch eine Geige. Und jetzt mal die nächste, die Bratsche. Und hier guckt mal, die ist viel größer. Das kann man deutlich sehen. Dreht die vielleicht mal so ein bisschen, dass die auch an den Rändern das erkennen können. Die ist viel größer als die Geige. Und dann das Cello. Das ist ja noch viel größer. Kannst du mal ein bisschen auch zum Publikum drehen. Genau. Das ist das Cello. Noch größer. Je größer das Instrument, desto tiefer die Töne, die es macht. Die größten Pfeifen machen die tiefsten Töne. Ja. Da gibt es noch den Kontrabass. Den haben wir auch nicht dabei. Der ist noch größer. Der ist ungefähr so groß. Und den streicht man so von oben. Die machen ganz, ganz tiefe Töne. Das ist jetzt also, man nennt sowas, ein Streichquartett. Vier, zwei Geigen, eine Bratsche und ein Cello. Und ich spiele euch jetzt mal ganz kurz was vor, damit ihr mal hört, wie so etwas klingt, wie auch ein Cello und vielleicht eine Bratsche klingt. Und ich spiele euch das Klingt. und ich spiele euch das Klingt. und ich spiele euch das Klingt. Okay, vielen Dank. Ganz toll. Und ihr habt mal gehört, so ein Cello macht ganz tiefe Töne, die Geige spielt oben, hat ganz helle Töne, dazwischen liegt die Bratsche, die Zwischenstiftung. Das war also ein Streichquartett. Ja, wie sieht euch eigentlich so, ihr habt es gerade gehört, ich weiß nicht, ob viele von euch schon eine Geige genauer gesehen haben. Charlotte, könntest du mal freundlicherweise hier vor die Kamera treten, damit wir uns die mal etwas im Film anschauen können. Jetzt müssen wir hier mal draufhalten. Ja, willst, mach du das mal, du weißt, dass es eine Decke gibt und ein Steg. Achso, jetzt haben wir, warte, ich hole das Mikro, halt, 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 das ist mir auch gerade aufgefallen. Kommt doch mal so ein bisschen in die Mitte hier, wo es, ich soll es sagen, gut, also, hier oben drauf, das ist die, man nennt es die Decke der Geige, auf der anderen Seite, rückseitig ist der Boden, kann man sich vorstellen, ne, dazwischen, diese Seite nennt man Zarge und jetzt kommt das Wichtige, das sind die Seiten, die wir hier oben sehen, vier Seiten hat die Geige und die Seiten werden hier über einen Steg gespannt, den wir hier erkennen und der Steg, der Steg überträgt dann, darauf kommen wir dann noch zu sprechen, die Schwingungen der Seite, in den Körper, in den Körper der Geige. Das ist zunächst die Geige, vielen Dank, und wir schalten wieder um. Ich habe als nächstes hier nochmal so eine kleine Explosionszeichnung, nennt man sowas, da ist die Geige mal auseinandergesägt, man kann auch mal reingucken, da sehen wir oben nochmal die Decke, unten sehen wir den Boden, man erkennt den Steg dort oben drauf, der dann direkt auf der Decke sitzt, und ihr erkennt noch zwei Dinge, das ist hier der Stimmstock, das ist dieses kleine Hölzchen, der sitzt zwischen Decke und Boden und verbindet die beiden und ebenfalls unter die Decke geleimt, den sieht man deshalb von außen nicht, ist dieses längliche Hölzchen, was hier sitzt, der sogenannte Bassbalken. So sieht eine Geige von innen aus, die ist also nicht völlig hohl, sondern sie hat so einen Stimmstock und einen Bassbalken. Darüber werden wir uns gleich noch kurz unterhalten. Ja, aber um einen Ton zu erzeugen, brauchen wir natürlich noch was, das habt ihr gesehen, das ist der Geigenbogen, hier habe ich den mal dargestellt, der Geigenbogen besteht oben aus Holz, hinten am Ende ist der sogenannte Frosch, heißt der, du weißt das schon? Genau, die Haare woraus bestehen, die gute Frage, komme ich sofort drauf? Ach, ihr wisst das alle schon, aber noch zwei Sekunden, okay? Zunächst ist das hier der Frosch und an der Schraube dort hinten rechts kann ich unten diese Bespannung straffen, dann kommt hier die Bogenspitze, die sieht so aus, wenn ich drunter gucke, sieht sie so aus und da sieht man etwas, da war gerade schon die Frage, was ist denn das eigentlich? Ihr wisst das natürlich alle, nämlich, was sind das? Ne, wir nehmen mal da hinten jemanden, du mit dem weißen Pullover. Genau, Pferdehaare sind das, die kommen vom Pferd. Deswegen, wir haben die Frage schon beantwortet, die ich hier mit Fragezeichen, was ist denn das eigentlich gemacht habe? Da steht der Lieferant. Da haben wir den Lieferanten des Geigenbogens, nicht der ganze natürlich, sondern man schneidet ihm mal so ein paar Haare hinten raus. Finde ich ein bisschen gemein, muss ich sagen. Wenn ich Pferd wäre, würde ich das nicht toll finden. Aber der Vorteil ist, wir können damit einen Geigenbogen bauen und diese Haare sind die Teile, die dann über die Seite streichen. Ihr seht mal das mal. Übrigens, Pferdehaare haben ganz erstaunliche Eigenschaften. Die haben eine unheimlich hohe Festigkeit, fast wie die Festigkeit von Stahl. Ein solches Pferdehaar. Ganz, ganz fest. Das ist natürlich einer der Gründe, weshalb sie gerade für einen solchen Geigenbogen gut geeignet sind. Ja, wie entsteht jetzt eigentlich der Ton? Das haben wir uns doch gar nicht klar gemacht. Wir haben zwar gehört, dass da Töne entstehen. Aber wie kommt das eigentlich, dass eine solche Seite Töne erzeugt? Und da gibt es zwei Möglichkeiten, Charlotte. Indem wir einmal die Seite einfach, du müsstest mal immer vor das Mikrofon treten wieder, indem wir einfach die Seite einmal anzupfen. Psst, Ruhe, ist nicht sehr laut. Genau. Da hören wir einen Ton, aber der ist gleich weg. Mach nochmal. Jetzt können wir natürlich versuchen, wenn wir einen stehenden Ton hören wollen, wie wir es ja eben immer gehört haben, dass wir nicht einmal zupfen, sondern ganz schnell und versuchen den Ton so zum Stehen zu hören. Probier das mal. Ist nichts, geht nicht, schafft es nicht. Noch schneller. Schneller, 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 schneller. Mach nicht die Geige kaputt. Ja, genau. Aber wir hören das immer noch ganz deutlich als Einzelton. Wir hören lauter einzelne Töne. Also so kann es nicht funktionieren. Wie funktioniert es denn? Wir müssen die Geigenseite ganz schnell anzupfen. Und wenn wir sie ganz schnell anzupfen, wieder zurück bitte. Ja. Wenn wir sie ganz schnell anzupfen, halten wir diese Schwingung am Laufen. Und wie man eine solche Schwingung am Laufen hält, das wisst ihr bestens. Das macht ihr regelmäßig. Nämlich so hält man eine Schwingung am Laufen. Dass euer täglich Brot so schaukelt, immer im richtigen Moment so einen kleinen Schubs geben. Dann schaukelt das wunderbar weiter. Und man muss sich dabei überhaupt nicht anstrengen. Wenn wir das falsch machen, das macht ihr automatisch natürlich immer richtig, wenn wir falsch schaukeln, wenn wir also nicht genau im Takte der Schwingung immer so einen kleinen Schubs geben, sondern im falschen Takt das machen, wie hier auf dem rechten Bild, dann sieht man, da kann man sich anstrengen und anstrengen und es funktioniert nicht. Ja. Und er strengt sich richtig an. Viel mehr als vorher. Vorher war das so ganz locker. Also, was hat... Wunderbar. Zwei Zeigefinger helfen mehr als einer. Ja. Was macht er falsch? Er stößt einfach im falschen Takt, im falschen Rhythmus. Er muss den Takt, den die Schaukel normal... Die hat ja eine natürliche Schwingung, die muss man einfach spüren und die muss man aufnehmen. Dann geht das alles wie von selbst. Genauso ist das auch bei der Geigenseite. Genau das Gleiche. Auch die muss immer wieder genau im richtigen Takt angestoßen werden. Und wie funktioniert das? Annette, kannst du noch mal kurz kommen? Einfach mal festhalten hinten. Das führe ich euch noch mal vor. Ups, einmal da. So, wir gehen mal wieder vor die weiße Wand. Da sieht man das besser. Ich habe jetzt hier einen Geigenbogen. Der sieht ein bisschen anders aus. Ist einfach das Lineal, was ich vorhin schon hatte. Wie wird die Seite jetzt eigentlich angeregt? Ganz einfach. Halt mal ein bisschen straff so. Schön fest, genau. Ich streiche jetzt mit dem Geigenbogen herunter. Beachtet mal die Seite. Gerade auch im Schatten sieht man, die Seite wird über die Reibung, die ich hier ausübe, ein Stück mitgenommen. Und irgendwann, wenn die Seite so stark gespannt ist, dann rutscht sie plötzlich zurück. Nochmal. Zack. Sie rutscht hoch. Sieht man nicht so richtig toll. Aber die Seite ist gespannt. Und flupp, rutscht sie hoch. Irgendwann ist die Seite so stark gespannt, dass sie einfach an dem Bogen dann hochrutscht. Der Bogen hat sie über Reibkräfte vorher mitgenommen. Können wir einfach hier so hinlegen. Danke. Das ist zunächst der Effekt. Die Seite wird einfach mitgenommen. Und das habe ich euch jetzt in so einer kleinen Animation hier nochmal gezeigt. Die Seite wird zunächst, die wird dann dreiecksförmig. Ich pieke da ja so rein. Ich schiebe sie mit dem Bogen weg. Sie wird drei. Hier sieht man es nochmal anders. Da sehen wir unten das Gelbe, was sich da so nach links bewegt. Das sind die Pferdehaare. Das ist der Bogen, auf den wir von unten drauf gucken. Und dieses silberne Teil, was da von oben nach unten läuft, das ist die Seite. Ganz stark vergrößert. Und auch in Zeitlupenaufnahme. Ganz langsam. Denn sonst geht das 400 Mal pro Sekunde. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Man sieht es hier deutlich, wie die Seite mitgenommen wird. Und wie sie dann plötzlich, stehe ich da vor, müsst ihr was sagen. Und wie sie dann plötzlich zurückrutscht. Das ist der Mechanismus bei der Geige. Die Seite wird mitgenommen. Dann irgendwann löst sie sich vom Bogen und schnell zurück. Hier sieht man das nochmal. Achtung. Die Seite wird durch den Bogen mitgenommen. Und jetzt löst sie sich. Und jetzt entsteht ein Dreieck. Es läuft ein Dreieck um. Es ist nicht mehr so eine Schwingung, wie wir es hier vorhin mit dem Bogen gesehen haben. Es läuft eine solche dreieckige Schwingung um. Hier nochmal wiederholt. Der Bogen schiebt die Seite raus. Und jetzt reißt sich die Seite los. Und es läuft eine solche dreieckige Schwingung um. Das ist die Form der Seite. Und dieser Knick, der da umläuft, der Knick ist dafür verantwortlich, dass die Seite immer wieder genau im passenden Moment angezupft wird. Das können wir uns so noch nicht genau vorstellen. Aber wenn wir uns dieses Bild vorstellen, wird uns das vielleicht klarer. Wir sehen zunächst links den Geigenbogen. Der schiebt ganz gleichmäßig über die Seite. Und darunter bewegt sich die Seite mit diesem dreiecksförmigen Knick. Wenn der Knick jetzt in diesem Moment bewegt sich der Bogen und das linke Teil der Seite in der gleichen Richtung, wenn der Knick oben den Bogen passiert hat, wenn er durch ist, dann bewegt sich die Seite in die entgegengesetzte Richtung wie der Bogen. Dann reißt sie sich los. Achtung, noch hält sie fest. Und jetzt reißt sie sich wieder los. Die Seite rutscht am Bogen lang. Und nochmal, hängt am Bogen fest und reißt los. Und durch diesen umlaufenden Knick, das ist also derjenige, der vorhin beim Schaukeln derjenige war, der immer genau im richtigen Moment der Schaukel den Schubs gegeben hat. Und hier ist es genau der Knick, der immer im richtigen Moment unter dem Bogen durchläuft und dafür sorgt, dass da die Seite genau immer den Schubs kriegt, dass sie nicht aufhört zu schwingen. Das ist so der Effekt, der ist übrigens noch gar nicht so lange bekannt. Also vielleicht 80 Jahre ist natürlich schon ziemlich lange für euch. Aber über die Zeit, wo man Wissenschaft betreibt, ist es gar nicht so sehr lange, stammt übrigens von Helmholtz, der das erstmalig erkannt hat. Hier sitzt nämlich ein richtiger Physiker, der beschäftigt sich nur mit so einem Zeug. Und Helmholtz kennt er natürlich. Oder? Genau. Okay. So. Das ist also, so funktioniert ein Beifall für die Physik. Okay. Dieser umlaufende Knick, der sorgt dafür, dass diese Schaukelseite, die Seite, die wie eine Schaukel funktioniert, genau immer im richtigen Moment den Schubs kriegt, sodass sie nicht aufhört zu schwingen, sodass der Ton also ständig durchklingt. So. Jetzt die Frage ist, aber wieso kann eine solche dünne Seite eigentlich so laut klingen? Die Seite alleine, die ist ja, weiß nicht, ein Bruchteil von einem Millimeter. Und wenn die schwingt, das wäre ja so, als wenn ihr euch mit einem Zahnstocher mal Luft zufächeln wollt. Da passiert nicht viel. Viel zu dünn. Da schafft man überhaupt nicht, selbst wenn man es mit der Hand macht, merkt man kaum was. Da muss also viel mehr schwingen. Und das wird uns jetzt auch Charlotte noch einmal vorführen, indem sie auf einer Jazz-Guy gespielt. Sieht cool aus. Eine Jazz-Gyge besteht nicht aus Holz. Dieser Holz ist ein Resonanzkörper. Darüber sprechen wir gleich noch. Sondern bei der Jazz-Gyge, jetzt müsst ihr ganz leise sein, sonst hört ihr das nicht. Bei dieser Jazz-Gyge hört man nämlich nur die Seiten klingen. Und jetzt müsst ihr ganz leise sein, damit ihr überhaupt was hört. Absolute Stille. Und Charlotte spielt jetzt einige Takte aus dem Heiden- Heiden-Violinkonzert in? Gustav. In G-Dur. Wunderbar. Habt ihr was gehört? Das war natürlich nicht besonders laut. Ihr musstet das tun, was euch ganz schwerfällt, nämlich mal leise sein, um das zu hören. Das war natürlich ein Trick von mir, damit ihr einfach mal leise seid. So, und jetzt spielen wir es mal auf der richtigen Geige mit diesem großen Holz-Gygenkörper dran. und es klingt plötzlich ganz anders. Wunderbar. Vielen Dank. Ja, das klang natürlich völlig anders. Haben wir prima gehört. Es gab überhaupt keine Schwierigkeit. Das war viel lauter, denn wir haben diese Seiten, die Schwingung der Seite, die ja ganz leise war, wie wir bei dieser Jazz-Gy gehört haben, verstärkt. Und offensichtlich, das Einzige, was sich geändert hat, war ja, dass wir nicht mehr diesen schicken rosa Holzrahmen hatten, sondern wir hatten einen richtigen Geigenkörper drunter und der wirkt als ein Verstärker. Und die Frage ist, wie kommt denn eigentlich die Schwingung der Seite, die Seite schwingt ja oben hin und her, haben wir gerade gesehen, wie kommt die eigentlich in den Geigenkörper rein? Wie kann sie da überhaupt, wie marschiert sie da hin, sage ich mal? Wie wird sie denn übertragen? Hier ist nochmal die Seitenschwingung. So sah das ja aus. Nicht? So schwingt die Seite hin und her. Und wie kommt es jetzt eigentlich, dass der Geigenkörper dadurch erregt wird, durch diese Schwingung? Dazu machen wir uns nochmal ganz kurz klar, was wir gerade schon gesehen haben. Hier sehen wir nochmal die Geige mit dem großen Steg, über den die Seiten hinweglaufen. Das ist hier der Steg. Und der Steg hat unten zwei Füße. Das sind die Stegfüße. Und das müssen wir uns mal klar machen. Jetzt, um das klar zu machen, habe ich hier das mal mit einer Seite, ich habe die Seite mal so richtig dick und fett weiß gemacht, damit ihr sie auch gut erkennen könnt, sonst sind sie viel zu dünn. Das ist also die Seite. Und wenn die Seite jetzt hin und her schwingt, wie wir das in dem Film gerade gesehen haben, die Seite schwingt hin und her, dann bewegt sie sich einmal in diese Richtung und sie bewegt sich auch in die entgegengesetzte Richtung. Sie schwingt ja genau zwischen diesen beiden Grenzen hin und her. Und jetzt machen wir mal wieder einen kleinen Versuch, Annette. Jetzt ist nämlich Annette der Steg. Tja, ist schon ganz aufgeregt. So, macht ihn mal wieder unter die Achsel. Schön hoch. Ups. Wir machen jetzt kein Seilspringen, sondern was anderes. Also Annette, das ist die Seite, die oben über den Steg geht. Stell dich mal schön breit, war nicht hin. Arme so ein bisschen, du siehst so aus wie ein Steg. Ne, wir machen das mal so ein bisschen schräg. Vielleicht sehen wir das dann sogar besser. Ich stelle mich mal hier hin. Ihr seht es nicht. Ich gehe jetzt runter, keine Angst. So, also das ist die Seite. Annette ist der Steg, wo oben die Seite drauf ist. Also wenn jetzt die Seite horizontal hin und her schwingt, dann schwingt die Seite einmal nach hier, dann geht sie nach da. Und dann geht die Seite nach da, da bewegt sich der Steg, weil die Seite sie da ein bisschen rüber zieht. Und dann geht es wieder nach rechts, da zieht es den Steg wieder dahin, dann wieder nach links. Und so trampelt Annette bei der schwingenden Seite auf dem Steg hin und her. Das ist, wollen wir noch eine Stunde weitermachen? Schneller. Okay. Gut, wunderbar. Das ist... Danke. Das war die Wirkung des Steges. Das heißt, die schwingende Seite nimmt den Steg immer mit und der Steg fängt an, wie das Annette gerade gezeigt hat, der trampelt sozusagen auf der Decke. Er trampelt auf der Decke und überträgt so die Seitenschwingung auf die Decke. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, hier kommt nämlich jetzt eine kleine Animation, wir würden die Geige, ihr habt eine schöne Säge zu Hause und wollt da mal reingucken, dann setzt ihr die Säge dort an, wo ich diese Striche gemacht habe und sägt mal unterhalb vom Steg durch, aber fragt vorher eure Eltern, ob ihr das dürft. Eine Geige ist manchmal nicht ganz billig, kostet manchmal nur eine Million und sowas, also nicht besonders viel. Wenn wir das mal gedanklich machen würden, dann sieht die Geige ja so aus, wie wir das hier im Bild sehen. Wir sehen den Steg und wir sehen oben die Decke, unten den Boden und wir sehen jetzt auch wieder das, was ich vorhin erklärt habe, diesen Stimmstock, der zwischen Decke und Boden sitzt, der die Decke und Boden verbindet praktisch und unter dem anderen Stegfuß sitzt dieser Bassbalken, das war dieses Stück Hölzchen, was da unter die Decke geleimt war. So, wenn jetzt, wenn ich den einfach mal wegnehme zunächst, sagt er, stört mich, ich schmeiße die mal raus, dann sieht, sehe das so aus, der Steg trampelt auf der Decke und bewegt die dünne Decke oben mit. Die dünne Decke wird einfach in Schwingungen versetzt, wie man das hier oben sieht, die verformt sich etwa so. Wenn man das so machen würde, den Stimmstock rausnimmt und auch den Bassbalken, dann klingt die Geige ganz komisch. Die klingt dann so etwa wie eine Gitarre. Auch wenn ihr eine Gitarre habt, wenn ihr da mal so durch das große Schallloch guckt, da ist auch kein Bassbalken drin, da ist auch kein Stimmstock drin. Die ist einfach, es gibt nur eine Decke und einen Boden. Die ist innen hohl, genau, ja, ist die Geige auch, aber da rechts im Bild, seht ihr das übrigens, da ist so ein kleines Hölzchen, da hat man mit einer Kamera reingeschaut, ihr seht die beiden Löcher, die F-Löcher in der Geige, über die wir gar nicht gesprochen haben, fällt mir gerade ein, die verbinden das. Wenn ich jetzt einen Bassbalken einbaue dazu, dann ändert sich das ein bisschen, dann schwingt jetzt auch der Boden mit, wie man unten sieht. Der Boden ist viel dicker als die Decke, der stützt also praktisch das Ganze so ein bisschen. Das heißt, dort, wo der Stimmstock sitzt, ist die Bewegung kleiner als dort, wo der Bassbalken ist. Und man sieht, dass der Boden aber mit in Schwingung versetzt wird. Und das ist genau der Mechanismus, dieser trampelnde Steg, der dort auf der Decke steht, nimmt einfach die Decke mit, versetzt die Decke in Schwingung, sodass die dann die Töne entsprechend als Schallwellen abstrahlen kann. So, jetzt gibt es ja noch einen weiteren Aspekt. Wenn ihr mal abends um 12 Uhr alles schläft schon, wollt ihr noch heimlich Geige üben, was nicht sehr wahrscheinlich ist. Aber tun wir mal so, oder ihr seid im Hotel zum Beispiel und da könnt ihr nicht einfach spielen, weil die Leute in den Nachbarzimmern gestört werden. Dann kann man den Geigenton auch viel leiser machen, indem man einen sogenannten Dämpfer, einen Sordino im Italienischen draufsetzt. Vielleicht spielt es zunächst einmal ohne. Ich halte die so lange. Zunächst einmal ohne, einfach ein paar Töne. Was war das? Du? Ja, eine? Ja. Genau, eine Tonleiter, super. Jetzt mal das Ganze mit dem Sordino, mit dem Dämpfer. Viel leiser. Viel leiser, nicht? Wieder die Tonleiter, genau. Aber viel leiser als, wie kommt das eigentlich? Wieso? Wieso ist das plötzlich leiser? Das ist, womit hängt das zusammen? Ja. Das hängt damit zusammen, dass wir oben auf den Dämpfer eine Masse gesetzt haben. Das war ja so ein richtiges Stück Metall, was wir raufgeklemmt haben. Und Masse hat eine Eigenschaft, die kennt ihr bestens, jedenfalls viele. Masse ist träge. Masse möchte gerne das, den Zustand, in dem sie gerade ist, einfach beibehalten. Möchte sie nicht ändern. Wenn sie in Ruhe ist, dann möchte sie beschaulichter bleiben, nicht gestört werden. Und wenn sie in Bewegung ist, wenn sie sich gerade bewegt, dann möchte sie auch nicht gestört werden, sondern möchte am liebsten immer so weiterlaufen. Das ist eine Eigenschaft, die jeder Stoff hat. Jeder Stoff wiegt ja etwas, hat eine gewisse Masse. Sie möchte also diesem Zustand beibehalten. Das kennt ihr alle bestens. Wenn ihr im Auto sitzt und das Auto fährt an, dann möchte die Masse eures Körpers gerne in Ruhe bleiben. Ihr werdet also in den Sitz gepresst. Er möchte nämlich da gerne bleiben, wo ihr mal gewesen seid. Man wird in den Sitz gedrückt. Oder das Auto fährt. Ihr bewegt euch gleichmäßig mit dem Auto und plötzlich bremst das Auto. Ihr wollt aber die Bewegung, eure Masse möchte die Bewegung fortsetzen, marschiert weiter. Das heißt, ihr fallt nach vorne, weil der Körper die Bewegung weitermachen möchte, die Masse die Bewegung weitermachen möchte. Masse ist also träge und das probieren wir und je schneller die Änderung ist, die gemacht wird, desto träger wird sie. Das probieren wir jetzt alle mal auf. Können wir mal Licht machen wieder? Indem ihr euch alle mal hinstellt. Wunderbar. So, ich mache euch das jetzt mal vor. Ihr seid jetzt der Steg. Stellt euch mal so ein bisschen gegrätscht hin. Die Arme halten wir an der Seite. Oder nehmt mal die Arme vor die Brust. Nehmt mal die Arme vor die Brust. So, und jetzt bewegen wir uns immer so, drücken uns mit dem Fuß ab. Linker Fuß. Aber pass mal auf, damit wir nicht zusammenstoßen. Fangen wir mal. Halt, Stopp. Wir fangen mal an. Ich sage links. Das heißt, von euch aus, ne, ihr geht nach rechts. Also ihr geht nach außen alle. Alle nach da. Ja, 3, 2, 1, links und rechts. Links, sieht ja toll aus. Rechts. So, jetzt guckt mal nach vorne. Aber schön, der Oberkörper bleibt irgendwie hier ganz starr an den Hüften. Und jetzt machen wir das mal schneller. Immer schneller. Schneller, 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 schneller. Immer schneller. Ja, schneller. Das ist doch nicht schnell, was ihr macht. Schneller, 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 schneller. Ja. Okay. Okay. Jetzt. Okay, setzt euch wieder hin. Was ist euch aufgefallen, als ihr immer schneller wart? Genau, und? Gleichmäßig. Sie auch, richtig? Ganz leise nochmal. Das ist hier noch viel zu unruhig. Ihr kriegt die Erklärung gar nicht mit. Einige von euch wissen die genauen Erklärung und das kriegt ihr da hinten gar nicht mit, so laut wie ihr seid. Ganz leise. Das war doch so aufregend. Jetzt ist die Erklärung aufregend. Was ist aufgefallen? Immer wenn wir schneller wurden, wir wurden immer schneller. Ich mache es hier nochmal ganz langsam. Erstmal langsam. Kein Problem. Der Oberkörper bewegt sich prima mit. Und jetzt werde ich schneller und schneller. Achtet mal auf meinen Oberkörper. Was ist mit dem? Der bleibt stehen. Je schneller ich werde, desto weniger folgt er. Und das ist genau eine Folge, weil die Masse meines Oberkörpers einfach träge ist. Die will diese schnellen Änderungen nicht mitmachen. Die bleibt einfach stehen. Könnt ihr nachher, nach der Vorlesung nochmal unten ausprobieren. ganz schnell bewegen. Erstmal ganz langsam geht das ganz einfach. Kein Problem. Und dann immer schneller, immer schneller, immer schneller, immer schneller. Und irgendwann stellt man fest, man trampelt nur noch mit den Beinen. Der Oberkörper steht. Und genau das ist die Wirkung des Dämpfers. Der Dämpfer ist nämlich einfach eine Masse, die man oben drauf setzt. Und diese Masse bremst jetzt einfach. Die sagt, ich will diese schnellen Schwingungen nicht mitmachen, die die Geigenseite oben auf den Steg bringt. Ich will das nicht. Ich will da bleiben, wo ich bin. Der Steg wird also gebremst durch... Psst. Jetzt halten wir es mal wieder ein bisschen leiser. Psst. Der Steg wird also durch diese aufgesetzte Masse einfach abgebremst. Der kann nicht mehr so schnell sich bewegen. Die Bewegung wird also immer weniger. Und wenn er sich immer weniger bewegt, dann trampelt er natürlich auch immer weniger auf der Decke herum, sodass der Geigenkörper immer weniger angeregt wird. Die Geige wird also leiser. Ja. Wir haben jetzt kennengelernt, im Grunde die Seitenschwingung. Da oben sehen wir sie nochmal. Es gibt noch eine weitere Schwingung, die ich nur am Rande erwähnen will, die ihr aber auch kennt. Das ist die Luftschwingung. Der Geigenkörper ist ja in den Hohl. Das haben wir schon festgestellt. Und in jedem hohlen Körper kann die Luft schwingen. Das kennt ihr auch bestens. Man kann eine Flasche anblasen. Man kann eine solche Flasche anblasen. Da schwingt die Luft in dieser Flasche. Und genauso schwingt auch die Luft im Inneren des Geigenkörpers. Man spricht deshalb auch von einem Luftton. Die Geige hat einen Luftton, weil auch die Luft im Geigenkörper schwingt. Und man kann diesen Luftton sogar hören, wenn man einen Ton singt, der in der Nähe des Ds liegt. Also der zweitiefsten Seite der Geige. Wenn man dort hinein... Genau. Der ist... Wenn ich jetzt singe, dann müsste man das in dem Luftton hören. Das ist... Der Luftton, den kann man dann hören. Der ist nicht sehr laut. Aber... Ihr seid jetzt etwas unruhig. Seid mal bitte etwas leiser. Das trainieren wir nochmal. Das war eben toll leise bei der Jazzgeige. Viel zu laut. Viel zu laut. Ja, so ist gut. Das ist die Luftschwingung. Die Luft schwingt also auch mit und verstärkt auch die Seitenschwingung, die ja selbst sehr leise sind. Da gibt es eine dritte. Das ist die eigentliche Holzschwingung. Die Holzschwingung wird ja oben angeregt durch den Trampelnden Steg und das Holz schwingt. Und das ist interessant, wenn man sich das mal anguckt. Von der Geige kennen wir das ja schon. Wir haben ja schon bei der Geige kennengelernt, die Natur... diese Naturtöne, die in diesen Formen schwingen, die wir euch vorne vorgeführt haben. Genauso was ähnliches macht auch der Geigenkörper selbst. Jetzt müsst ihr mal zuhören. Theoretisch sollte der Film jetzt laufen. Unmittelbar über ihr wird die Decke auf Gummifüßchen positioniert und beispielsweise mit Mohnsamen streut. Das ist der Boden einer Geige, wo man Mohnsamen... Und jetzt wird ein Lautsprecher regt das. Das ist wie bei der Schaukel. Der regt das an. Bei einer ganz bestimmten Anregungsfrequenz wird ein Teil der Körnchen emporgeschleudert. Andere bleiben ruhig liegen. Dort muss sich offenbar auch die Decke selbst in Ruhe befinden, während sie zwischen diesen Linien in starke Schwingungen versetzt wird. Idealisiert sieht dieses Schwingverhalten so aus. Als flächig schwingendes Gebilde verhält sich die Decke wesentlich komplizierter als die eindimensionale Seite. Statt Knoten sind es hier Knotenlinien. Okay. Also wir haben diese schwarze Linie, die wir da sehen. Das ist bei dieser Decke, die sind die Punkte, die sie eigentlich nicht bewegen. Das entspricht hier bei unserer Seilschwingung, die wir gemacht haben. Da hatten wir auch solche Knotenpunkte. Wir hatten drei Bäuche, zwei Bäuche und genau zwischen den Bäuchenwandpunkte, die haben sie eben nicht bewegt. Genau bei einer solchen Decke zum Beispiel sind es eben Linien und die ganze Geigendecke schwingt also in einer Form, wie wir es hier zum Beispiel jetzt gesehen haben. Ja, jetzt haben wir eigentlich die drei Typen von Schwingungen hinter uns, sind auch bei der letzten Folie, bei der vorletzten glaube ich. Es gibt drei Schwingungen bei der Geige. Es gibt eine Seitenschwingung, die sehr leise ist, haben wir vorhin mit der Jazzgeige gehört. Es gibt den Luftton, den wir gerade an der Flasche nochmal gehört haben und es gibt den Holzton, das ist der, der am stärksten ist. Und die Frage der Vorleser war, warum klingt eine Geige so schön? Also wann klingt eine Geige immer schön? Die Geige klingt immer dann schön, wenn diese Naturtöne, in denen das Holz natürlich schwingt, in denen auch die Seite natürlich schwingt, etwa gleichmäßig über dem Tonumfang der Geige verteilt ist. Diejenigen von euch, die Noten können, können das hier sehen. Links eine gute Geige ist zum Beispiel so, dass sie ihre Hauptresonanzen auf diesen vier Tönen hat und jeder Geiger sieht, das sind genau die Töne der leeren Seiten. Eine schlechte Geige hat also irgendwo, hat große Abstände zwischen den Noten und da das die natürlichen, die Naturtöne sind, die immer am besten klingen, wird in dem Bereich, wo ich die Noten gemalt habe, wird das sehr stark verstärkt. Und wenn große Lücken dazwischen sind, dann klingt die Geige plötzlich sehr leise. Man spielt also, plötzlich ist es laut und plötzlich ist es wieder leise, ohne dass man das selbst von Hand macht. Das hängt also damit zusammen. Einen wichtigen Grund haben wir natürlich noch vergessen, wann eine Geige gut klingt. Etwas fehlt noch, damit eine Geige gut klingt. Und das ist was? Habt ihr eine Idee? Du? Ja, genau. Man muss natürlich auch üben. Ein Bild, das ich extra für die anwesenden Mütter unten gemacht habe, die jetzt alle begeistert seufzen werden. Man muss natürlich üben, wenn es geht, früh. Aber hier haben wir natürlich eine etwas andere Altersklasse, die hier mal da. Aber das ist ganz wichtig, denn ohne Üben klappt das Ganze nicht. Aber das wisst ihr sowieso. Damit bin ich eigentlich durch. Ich habe aber noch so eine kleine Zusammenfassung, damit wir das noch vielleicht mal eben schnell wieder in Erinnerung rufen. Frage, wodurch werden Töne in der Luft übertragen? Durch Schallwellen. Genau richtig. Wandern die Luftteilchen mit dem Schall mit? Du da. Mit dem Pullover? Nein, genau. Die bleiben da. Haben wir ja bei der Laola-Welle gesehen. Bei einer Welle bleiben die Teilchen immer am Ort. Sie stoßen sich nur an und geben den Impuls weiter. Wie wird eine Geigenseite immer wieder passend angezupft, dass sie wie bei der Schaukel einfach schön eine ständige Schwingung macht? Wollen wir mal jemanden von da hinten nehmen? Ja, wie ist das? wie ist das? Vielen Dank.